Das Mercedes-Benz Aufbauherstellerzentrum hält für alle Kundengruppen die passende Auf- und Umbaulösung bereit. Entdecken Sie auf der Mercedes-Benz Conversion World die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen der Sprinter, Vito oder Zitan bieten. Viele Aufbaulösungen hatten seit mittlerweile 25 Jahren ihren Ursprung im Sprinter, das ideale Grundfahrzeug für jede Branche. Die Sprinterproduktion in Ludwigsfelde gilt als eine der Vorzeigeproduktionen von Mercedes-Benz. Der Einsatz von innovativen Technologien ermöglicht es, jeden einzelnen Arbeitsschritt zu optimieren und so einen konstant hohen Qualitätsstandard sicherzustellen. Denn als Marktführer in seinem Segment ist und bleibt es unser eigener Anspruch, dass die ganze Welt nicht einfach nur von der Transporterklasse, sondern von der Sprinterklasse spricht. Und das spiegelt sich in jeder Branche wieder. Im kommunalen und hoheitlichen Einsatz sorgt Mercedes-Benz Vans mit Aufbaulösungen für Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. Insbesondere dann, wenn sie am meisten gebraucht werden. Robuste Kipper und Pritschenwagen unterstützen unsere Kunden auf dem Bau. Die Fahrzeuglösungen unserer Partner sind allesamt geländegängig, langlebig und wertbeständig. Mit mobilen Werkstätten, die unsere Partner im Sprinter verbauen, können Handwerksbetriebe nicht nur stationär arbeiten, sondern auch direkt bei ihren Kunden vor Ort. Modulare Baukästen vereinfachen jeden einzelnen Handgriff und werden an individuelle Bedürfnisse angepasst. In der Cap- und Logistikbranche überzeugen die Aufbaulösungen mit ihrer Sparsamkeit, Zuverlässigkeit, Robustheit und großem Laderaumvolumen. Wenn es um den Transport von verderblichen Lebensmitteln oder Pharmazeutika geht, ist eine Kühlkette ohne Unterbrechung unerlässlich. Die Kühl- und Isolierfahrzeuge von Mercedes-Benz Vans folgen höchsten hygienischen Standards und sind an individuelle Anforderungen anpassbar. Ob in der Stadt oder über Land, ob zu Schulen, Büros oder an ihre persönlichen Reiseziele, Busse auf Basis von Mercedes-Benz Sprinter oder Vito bringen Menschen komfortabel an jeden Ort und können als Sammeltaxi oder VIP-Shuttle zum Einsatz kommen. Um aus eingeschränkter, uneingeschränkte Mobilität zu machen, arbeitet Mercedes-Benz Vans kontinuierlich mit zertifizierten Partnern daran, dass auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen einfach und selbstbestimmt als Aktivfahrer unterwegs sein können oder als Mitfahrer sicher von A nach B kommen. Dank maßgeschneiderten Reisemobilen genießen unsere Kunden auch auf Fahrten in die Sommerferien, den Skiurlaub oder auf Wochenendtouren ein Höchstmaß an Komfort. Neben vielen weiteren individuellen Aufbau- und Umbaulösungen auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter, Vito oder Zitan bietet Mercedes-Benz Vans außerdem gemeinsam entwickelte Lösungen ab Werk als sogenannte Mercedes-Benz Vansolution an. Vansolution ist eine Erfolgsstory von Mercedes-Benz über lange Jahre, wo halt die Kunden und auch Verkäufer standardisierte Produkte sich auswählen können. So hat der Kunde einfach eine schöne Auswahlmöglichkeit, eine gute Beratung und bekommt am Ende dann die Lösung, die er braucht. Das heißt, der Kunde erhält von Anfang an ein abgestimmtes Produkt, kann sich sicher sein, dass er ein technisch perfektes Fahrzeug erhält. Vansolution ist ein Ritterschlag, denn wir haben dort die sehr hohen Qualitätsanforderungen von Mercedes-Benz nachgewiesen und erfüllt. Und das macht uns einfach Spaß, zusammen mit Mercedes-Benz ideale, kundenindividuelle Fahrzeuge für den Markt anzubieten. Und das macht uns einfach Spaß, zusammen mit dem Markt zu bieten. Und das macht uns einfach Spaß, zusammen mit dem Markt zu bieten. Und das macht uns einfach ein austerer gratuit sein. Fynn-die